Der englische Foxhound war ursprünglich eine Jagdhunderasse, die zur Verfolgung von Füchsen in der englischen Landschaft entwickelt wurde. Heute sind sie auch als Familienhunde beliebt und nehmen an Wettbewerben teil. Viele Englisch-Foxhounds nehmen auch an Foxhound-Performance-Trials teil, bei denen die Hunde für ihre Fähigkeiten bei der Rudeljagd bewertet werden. Als Jagdhunde haben englische Foxhounds viel Energie und brauchen tagsüber viel Bewegung. Wohnungsbewohner sollten sich in Acht nehmen, denn dieser Hund braucht viel Auslauf und kann ziemlich laut werden, was nicht unbedingt die besten Beziehungen zu den Nachbarn fördert. Erfüllen sie die Bewegungsbedürfnisse der Rasse und sie werden ein verspieltes und anhängliches Familienmitglied haben. Interessante Fakten über diese Rasse Obwohl die meisten von uns noch nie einen Fuchs in Natura gesehen haben, kennen wir aus Filmen, Büchern und Zeichentrickfilmen das Bild einer Meute englischer Foxhounds, die einen Rotfuchs jagt. Sie tragen das vertraute dreifarbige Fell in schwarz, weiß und lo, haben hängende Ohren, die dicht an den Wangen anliegen und einen langen Schwanz, der sich zu einer Spitze verjungt und als Heck bezeichnet wird. In einer Beschreibung des Bellvoyer Gambler, der als der größte jemals gezüchtete englische Foxhound gilt, heißt es, neben einer altgriechischen Statue gibt es nur wenige Kombinationen von Anmut und Stärke, die so gut zusammenpassen wie ein feiner Foxhound. Diese seltene Rasse hat nie den Sprung zum beliebten Begleithund geschafft. Aber er ist sicherlich ein Hund, den man in Betracht ziehen sollte, wenn man ein Jogger oder Läufer ist. Oder aber auch einen Hundefreund haben möchte, der einen bei Ausritten begleitet. Dieser intelligente, mutige Hund kann lange Strecken ohne Pause zurücklegen. Fuchsjäger schätzen ihn für seine Ausdauer, seine gute Nase und seine Entschlossenheit. Diese Eigenschaften haben Vor- und Nachteile für Menschen, die an ihm als Begleiter interessiert sind. Seine Ausdauer und Entschlossenheit machen ihn zum Beispiel zu einem guten Kumpel für Marathonläufer. Aber seine starke Spürnase kann dazu führen, dass er lieber einer interessanten Fährte folgt als den gewünschten Weg zu gehen. Er braucht tägliches Training. Und da er ein Jagdhund ist, dessen Aufgabe es sein, Beute zu jagen, muss er in Gebieten, in denen er vor ein Auto laufen könnte, an der Leine geführt werden. Auf der anderen Seite ist er sanftmütig, sozial und tolerant, was ihn zu einem guten Familienhund für Menschen mit einem aktiven Lebensstil macht und die viel Zeit haben, sich mit ihm zu beschäftigen. Aufgrund seines hohen Energielevels ist er für das Leben in einer Wohnung nicht wirklich geeignet. Er braucht einen Partner, mit dem er sich täglich bewegen kann, und einen großen, eingezäunten Hof oder besser noch ein Grundstück, auf dem er laufen kann. Englische Foxhounds sind Arbeitshunde. Wenn Sie einen englischen Foxhound nur als Begleiter suchen, sollten Sie sich einen Hund wählen, der für den Ausstellungsring und nicht für die Jagd gezüchtet wurde. Er wird etwas weniger Energie und Trieb haben als ein Feldhund. Geschichte Der englische Foxhound wurde in England zur Verfolgung des Rotfuchses entwickelt. Er wird seit dem 18. Jahrhundert in Zuchtbüchern geführt. Diese werden von der British Masters of Foxhounds Association herausgegeben. Im Laufe ihrer Geschichte gab es in Großbritannien mehr als 250 Meuten von English Foxhound. Die Blutlinie des English Foxhounds wird sehr sorgfältig ausgewählt. Die Züchtung begann vor mehr als 200 Jahren. Die Eröffnung des Zuchtbuchs der Masters der englischen Foxhound-Vereinigung erfolgte bereits vor 1800. Somit ist für jeden Besitzer eines Foxhounds die Abstammung seines Hundes leicht nachvollziehbar. Die Zucht des Foxhounds steht nach wie vor immer noch streng unter der Aufsicht der Masters of Foxhounds. Durch den englischen Kennel Club wurde nun ein Interimstandard für den English Foxhound veröffentlicht. Im Jahre 1964 wurde die Rasse offiziell vom FCI anerkannt. Der englische Kennel Club hat kürzlich einen Interimstandard für den Foxhound publiziert. Die FCI hat die Rasse im Jahre 1964 offiziell anerkannt. Persönlichkeit und Charakterzüge Englische Foxhounds haben den typischen unabhängigen Charakter eines Jagdhundes. Sie kommen am besten mit Menschen zurecht, die sie konsequent erziehen. Die Ausbildung sollte schon in jungen Jahren beginnen und sich über alle Entwicklungsstufen des Welpen erstrecken. Welpen-Sozialisierungskurse sind für alle Rassen sehr gut geeignet. Der English Foxhound bildet da keine Ausnahme. Das Gehorsamkeitstraining kann einige Zeit und Geduld erfordern. Am Ende haben sie jedoch einen ausgezeichneten Begleithund. Englische Foxhounds sollten an der Leine geführt werden, wenn sie sich außerhalb eines sicher eingezäunten Geländes aufhalten. Sie verfolgen ihre Beute ohne Rücksicht auf die Kommandos ihrer Besitzer. Englische Foxhounds haben ein lautes Gebell, das sie gerne vorführen, insbesondere für Fremde, die sich ihrem Haus nähern. In diesem Sinne sind sie gute Wachhünde. Aber trotz ihres natürlichen Misstrauens gegenüber Fremden sind sie unbeschwerte Hunde und haben nicht wirklich den Schutzcharakter eines Wachhundes. Das Temperament wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Vererbung, Ausbildung und Sozialisierung. Welpen mit einem angenehmen Temperament sind neugierig und verspielt, gehen gerne auf Menschen zu und lassen sich von ihnen halten. Entscheiden sie sich für einen Welpen aus der Mitte der Gesellschaft, nicht für den, der seine Wurfgeschwister verprügelt oder sich in der Ecke versteckt. Treffen sie sich immer mit mindestens einem der Elterntiere, in der Regel ist die Mutter diejenige, die zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass sie ein angenehmes Temperament haben, mit dem sie sich wohlfühlen. Ein Treffen mit Geschwistern oder anderen Verwandten der Elterntiere ist ebenfalls hilfreich, um einschätzen zu können, wie ein Welpe sein wird, wenn er erwachsen ist. Wie jeder Hund braucht auch der englische Foxhound eine frühe Sozialisierung, das heißt er muss schon in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr English-Foxhound-Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Die Teilnahme an einer Welpenschule ist ein guter Anfang. Wenn Sie regelmäßig Besucher einladen und mit ihm in belebte Parks, in Geschäfte, in denen Hunde erlaubt sind, und auf Spaziergänge gehen, um Nachbarn zu treffen, wird er seine sozialen Fähigkeiten verbessern. Haltung Der englische Foxhound wurde als schneller Jäger mit großer Ausdauer gezüchtet und benötigt daher viel Bewegung. Wenn er nicht auf einem Feld jagen kann, wofür er gezüchtet wurde, sollten sie mit ihm täglich laufen gehen oder ihm auf andere Weise helfen, seine natürliche Energie abzubauen. Er ist an das Leben im Zwinger gewöhnt und kann im freien Leben, wenn er mit einem anderen sozialen Hund zusammen ist und einen angemessenen Unterschlupf hat. Wenn er jedoch ein Einzelhund ist, sollte er mit seiner menschlichen Familie im Haus leben, damit er nicht vereinsamt. Es ist wichtig, dass sie ihren English Foxhound-Welpen in einer Box unterbringen. Welpen erforschen alles und kauen auf Dingen herum, die sie verletzen können. Das kann teuer werden. Sowohl was das Reparieren oder Ersetzen von zerstörten Gegenständen angeht, als auch die Tierarztrechnungen, die anfallen können. Das Training in der Box sorgt nicht nur für die Sicherheit ihres Welpen, sondern auch für die ihres Eigentums. Fellfarbe und Pflege Englische Foxhounds haben ein glänzendes, kurzes, dichtes Fell mit einer harten Textur. Normalerweise haben sie ein dreifarbiges Muster aus Schwarz, Weiß und Lohfarben. Aber sie können auch weiß mit Hasenfell, Dachsfell, Lohfarben oder Gelb sein. Durch wöchentliches Bürsten mit einem rauen Tuch oder einem Hundehandschuh werden lose Haare entfernt. Wie alle Hunde hart auch der englische Foxhound. Regelmäßiges Bürsten hält den Haarausfall auf ein Minimum. Kontrollieren Sie bei der Fellpflege die Ohren, die Augen, das Maul und die Haut auf Wundestellen oder Infektionen. Regelmäßiges Bürsten sollte Ihren Englisch Foxhound sauber halten. Es ist nicht nötig ihn zu baden, es sei denn er ist schmutzig oder riecht unangenehm. Verwenden Sie ein hochwertiges Hundeschampoo, um ein Austrocknen von Haut und Fell zu vermeiden. Wischen Sie den äußeren Gehörgang mit einem Wattestäbchen ab, aber führen Sie nichts in den Gehörgang ein. Beginnen Sie mit der Pflege Ihres Englisch Foxhound Welpen, wenn er noch jung ist, damit er sich daran gewöhnt, dass Sie ihn anfassen und untersuchen. Wenn Sie die Fellpflege zu einer angenehmen Erfahrung für ihn machen, wird er auch eher bereit sein, tierärztliche Untersuchungen und andere Behandlungen durch Menschen zu akzeptieren. Betrachten Sie die Fellpflege nicht nur als Pflege, sondern auch als eine wunderbare Erfahrung für die Bindung zwischen Ihnen beiden. Putzen Sie die Zähne Ihres Englisch Foxhounds mindestens zwei bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und die darin lauernden Bakterien zu entfernen. Tägliches Zähneputzen ist sogar noch besser, wenn Sie Zahnfleischerkrankungen und Mundgeruch vorbeugen wollen. Halten Sie die Nägel kurz, damit sie nicht splittern. Wenn es Ihnen unangenehm ist, die Nägel Ihres Englisch Foxhounds zu kürzen, bringen Sie ihn zu einem Hundefriseur oder lassen Sie es beim Tierarzt machen, sofern er sich diese nicht selbst abnutzt. Kinder und andere Haustiere Der englische Foxhound kommt gut mit älteren Kindern aus, die sich mit seinem energischen und lebhaften Wesen arrangieren können. Er ist nicht für Haushalte mit kleinen Kindern geeignet, da diese zu leicht vom Schwanz wedeln oder den begeisterten Possen eines ungestümen Hundes umgeworfen werden können. So freundlich Sie auch sind, sollten englische Foxhounds, wie alle anderen Rassen auch, nie unbeaufsichtigt mit kleinen Kindern gelassen werden. Da Sie Rodelhunde sind, lieben Sie die Gesellschaft anderer Hunde, insbesondere anderer englischer Foxhounds, und Sie fühlen sich in der Nähe von Pferden sehr wohl. Im Allgemeinen kommen Sie gut mit anderen Tieren aus, aber aufgrund Ihres starken Beutetriebs können Sie kleinere Haustiere jagen. Beaufsichtigen Sie das Zusammenleben mit Katzen, kleineren Hunden oder anderen Tieren, bis Sie sicher sind, dass alle miteinander auskommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!